Ich hoffe, du konntest trotz der letzten feuchten und ungewöhnlich kalten Wochen dennoch deine ersten Tomaten ernten. Mitte Juli hat bei mir die Tomatenernte in den Gewächshäusern angefangen. Eine sehr große Menge konnte ich jetzt bis zu dem jetzigen Zeitpunkt ernten und ich habe mir auch schon angefangen, meine ersten Tomatensamen zu ernten. Einfach aus dem Grund, weil es halt samenfeste, alte, robuste und geschmacksvolle Tomatensorten sind, die du jetzt im Supermarkt so nicht findest und so bin ich auch etwas unabhängiger von den großen Konzernen und ich ernte in großen Mengen die Samen, damit auch ihr welche zur Verfügung habt, denn das sind auch die ganzen Sorten, die ich auf der Saatgutliste für euch auch mit anbiete in meinem Shop. Dieses Jahr sind es gut 20 verschiedene Tomatensorten, einige neue sind auch dabei, die werden dann bald auf der Saatgutliste ergänzt und da gibt es natürlich auch einiges zu tun. Früher beim Essen habe ich die Tomatensamen auf eine Küchenrolle ausgestrichen und das dann trocknen lassen. Das Problem dabei ist, dass die Tomatensamen mit dem Fruchtfleisch auf dem Papier dann kleben bleiben und ich dadurch eine enorme Zupfarbeit hatte, wodurch ich halt auch einerseits das Papier mit an den Tomatensamen geklebt habe mit dem Fruchtfleisch, die Samen sahen halt nicht so ganz schön aus und weil ich natürlich auch die Samen an euch weitergebe, weil ich halt eine ziemlich gute Qualität auch habe, wie zum Beispiel wenn ihr sie irgendwo bei einer professionellen Gärtnerei kauft. Aber wie gesagt, es ist halt ein großer Zeitaufwand, das alles runter zu zupfen und die Zeit würde ich dann doch lieber in den Garten investieren, da ist sie sinnvoll aufgehoben. Also für mich ist es viel angenehmer und einfacher, die einzelnen Tomatensamen auf die Erde zu legen. Könnt man gerne unten in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht, ob ihr lieber die einzelnen sauberen Tomatensamen viel lieber habt oder zum Beispiel die, wenn ihr selber Samen nehmt, von einer Küchenrolle. Seit gut zwei Jahren spare ich mir diese aufwendige Arbeit und nutze halt die Gärmethode, wodurch ich ja diese schön sauberen Tomatensamen auch bekomme. Dafür brauchst du nichts weiteres als ein Glas. Dort füllst du halt während deinem Essen die ganzen Tomatensamen mit dem Fruchtfleisch da mit rein, füllst dann das etwas mit Wasser auf und stellst sie dann an einem lichtgeschützten und warmen Ort auf und lässt sie dann gut zwei Wochen gären. Dadurch löst sich das Fruchtfleisch von den Samen auch auf und diese Schutzhaut, die sich auch bildet, um die Keimhemmung von dem Samen aufrecht zu erhalten, die wird normalerweise zersetzt, wenn der Samen in die Erde kommt. Dann nehme ich ein Sieb zur Hand und leere dort das Glas aus. Im Anschluss nehme ich ein Backpapier, schreibe dort den Namen der Sorte auf und streiche dann da die Samen auf das Backpapier aus und lege das dann für einen Tag in die Sonne, damit sie komplett trocken sind. Das Gute an dem Backpapier ist, dass dort die Samen nicht kleben bleiben. Das heißt, ich kann dann das Backpapier nehmen, nehme einen Umschlag, den ich auch beschrifte und kann dann hier einfach die Tomatensamen reinstreifen und das geht in zwei Sekunden. Die Umschläge sortiere ich nach Kulturen und dem Alphabet und lagere sie dann trocken und lichtgeschütz bei mir im Keller. Neben den Tomaten nehme ich natürlich auch Samen von anderen Kulturen, Gurken, Melonen, Paprika, Chili, Salat. Wie gesagt, meine ganze Saatgutliste ist ja voll. Das ist alles Kulturen, die ich ja selber aus meinem Garten ziehe und weiter vermehre. Allerdings ist die Tomate bei der Saatgutgewinnung so ein Spezialfall, denn sie hat ihre Blüten sowohl männlicher als auch die weiblichen Geschlechtsorgane. Das heißt, dass sie eigentlich nur durch Wind bestäubt werden kann oder auch durch die Hummel, weil die Hummel sich da an die Blüte herandrückt und durch die Vibrationen dann beides bestäubt wird. Aber nach meinen Erfahrungen sind halt die Hauptbestäubung von Tomaten entweder der Wind oder wir Menschen selber, wenn wir zum Beispiel die Pflanzen schütteln. Worauf wartest du? Shake it, baby! Und durch die Vibrationen sich dann die selbst befruchten. Und aufgrund dieser Tatsache ist es eigentlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass sich Tomaten untereinander verkreuzen. Deshalb bei anderen Kulturen muss man dann dementsprechend aufpassen. Wenn du jetzt bei anderen Kulturen, besonders bei Kohl oder auch bei Kürbisgewächsen, eine Sortenreinheit haben möchtest, dann arbeiten halt die im Profi am Bauch sehr viel mit Insektenschutznetzen oder auch mit Verhütungssäckchen. Das heißt, die bestäuben dann selber die entsprechende Pflanze beziehungsweise auch die weibliche Blüte, damit sie diese Sortenreinheit gewähren. Und dann tun halt da ein Netz drüber spannen, dass da kein Insekt oder eine Biene dann mehr hinkommt. Fruchtgemüse ist es wichtig, die Frucht so lange wie möglich an der Pflanze zu lassen, denn dann steckt sie da ihre ganze Kraft in die einzelne Frucht rein und auch in die schöne Samenbildung. In Ausnahme jetzt von Tomaten ist es halt so, wenn du bei der Gurke die eine Frucht zur Samenbildung ausbilden lässt, dann schiebt die ganze Pflanze ab. Die bildet dann keine neuen Blüten mehr und dann ist ihre Vegetationsperiode auch zu Ende. Deshalb ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass du bei der Gurkenpflege die Früchte am Anfang regelmäßig erntest, damit sie immer mehr neue Blüten bildet und dass du halt eine größere Gurkenernte hast. Denn das Ziel der Pflanze ist es natürlich die Vermehrung, das heißt, wenn sie ja das geschafft hat, dann ist es für sie vorbei, die Pflanze stirbt überhaupt. Darunter zählen auch zum Beispiel Zucchini, auch Bohnen gehören darunter, Auberginen. Dann bleiben wir gleich bei den Gurken und anderen Kürbisgewächsen. Woran erkennst du jetzt, dass eine Gurke vollreif ist? Das erkennst du jetzt folgendermaßen. Also eine Schlangengurke, die werden zum Beispiel so richtig hellgelb und die Einlege und Snackgurken, die bekommen dann so einen braunen oder so einen orange-goldenen Farbton. Zucchinis sind recht einfach zu erkennen. Kennt jeder, der mal zwei Wochen auf Urlaub war und sich nicht um den Garten kümmern konnte und dann wieder zurückkommt und auf einmal merkt, keiner hat die Zucchinis geerntet und man hat jetzt so einen 60 cm langen Oschi. Da ist es dann so, dass die Schale richtig hart ist und das Innere der Zucchini dann nicht mehr so schön zusammenliegend zart ist, sondern halt hier so mehr so flockig und mehr aufbröselig dann auch ist. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich das beschreiben soll. Ihr wisst schon, was ich meine. Okay. Aufgepasst! Bei den Zucchinis können sich die Kürbisse mit reinkreuzen und hier haben wir halt das Problem bei den meisten Leuten wegen den Bitterstoffen, wovor sie dann auch Angst haben. Das kommt einfach aus dem Grund, dass halt wahrscheinlich ein Zierkürbis irgendwo in der Nähe war, kann auch vom Nachbar sein oder die Biene hat dann den Pollen halt über mehrere Kilometer vielleicht auch noch ran geschleppt und dann damit die Zucchini befruchtet und die Bitterstoffe im Zierkürbis kommen dann in die nachfolgende Zucchini-Generation und dann hast du dann ein Problem, dass du halt eine Zucchini-Pflanze hast, die halt Bitterstoffe in den Zucchini-Früchten halt auch hat und die dann nicht mehr verzehrfähig ist. Natürlich kannst du auch hier noch andere Eigenschaften vom Kürbis mit in die Zucchini reinbringen. Von da ist es bei Zucchinis und auch bei Kürbis-Gewächsen mit einer Sortenreinheit sehr schwer auch zu erlangen, wenn du halt jetzt zum Beispiel nicht verhütest, sondern einfach die Natur erweiten lässt. Da musst du halt einfach gucken, ob du halt wirklich nur die eine Sorte bei dir im Umkreis in der Nähe hast und bei den Kürbissen musst du halt auch nach den Familien auch gucken. Es gibt da drei Großfamilien, sag ich mal, also der Maxima-Kürbisse, wo da zum Beispiel der Hokkaido-Kürbis dazu zählt und der Gete Okonose, der Butternut gehört zu einer speziellen Kürbisfamilie und dann auch zum Beispiel die Moschus-Kürbisse. Zum Beispiel können sich Maxima-Kürbisse wie der Hokkaido nicht mit einem Moschus-Kürbis untereinander kreuzen. Nur innerhalb dieser Unterfamilie sind Einkreuzungen möglich. Also zum Beispiel kann sich in der Familie Maxima der Hokkaido und der Gete Okonose miteinander kreuzen, wodurch ja da jetzt eine neue Sorte zum Beispiel entsteht. Bei den Auberginen haben wir das gleiche Spiel wie bei den Gurken, da auch die Frucht so lang wie möglich an der Pflanze lassen, dann verfärbt sich die Aubergine meistens auch in so einem dunkelgelben Ton. Bei Chilis und Paprikas einfach die Frucht, die du halt haben möchtest, die am besten die schönste und die größte, so lange dranlassen, bis sie jetzt hier zum Beispiel matschig wird. Bitte bei den Chilis Handschuhe tragen, weil wenn das Zeug an die Schleimhäute kommt, bei den Augen sehr unangenehm, bei der Nase sehr unangenehm, am Mund sehr unangenehm und in dem Genitalbereich wirst du dann merken, dass du dann den Fehler nicht nochmal machen wirst. Das brennt ordentlich, du, das brennt. Jetzt wieder ein Kandidat, wo du besonders aufpassen musst, und zwar die Familie der Kohlpflanzen, weil die ganzen Kohlpflanzen, die wir uns hier angezüchtet haben, Blumenkohl, Spitzkohl, Brokkoli, Rosenkohl, Grünkohl, die kommen alle von einer Urkohlsorte. Und da ist es halt so, dass wir innerhalb dieser ganzen Kohlfamilie haben wir hier überall Einkreuzungen möglich. Ich habe es zum Beispiel mal geschafft, dass aus meinen Grünkohlsorten sich da ein roter Kohlrabi mit eingekreuzert hat, danach hatte ich dann einen roten, stämmigen, etwas niedrig gewachsenen Grünkohl beziehungsweise Blattkohlpflanze rausgezüchtet. Und den Spaß kannst du theoretisch schon die ganze Kohlfamilie irgendwie runterbringen, das heißt, dass du vielleicht auch mal versuchen kannst, Rosenkohl mit Kohlrabi irgendwie zu kreuzen oder Rosenkohl mit Grünkohl oder Blumenkohl mit Rosenkohl. Also da ist wahrscheinlich deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Problem ist halt nur, wenn du eine gewisse Sortenreinheit gewährleisten möchtest, dann musst du halt hier auch unbedingt mit der Verhütungsmethode arbeiten oder auch hier am besten mit so Insektenschutznetzen. Dann baust du halt so einen kleinen Folientunnel, sage ich mal, auf. Du hast halt da ein Netz hin, damit halt die Insekten da nicht bestäuben können, dass du halt dann du selber die Hand anlegen musst, wenn du jetzt zum Beispiel sortenreines Brokkoli vermehren möchtest. Machst du halt besonders, wenn du jetzt im erwerbstätigen Bereich bist oder im Profi-Anbau, damit du halt hier diese Sortenreinheit wirklich für deine Kunden auch gewährleisten kannst, weil sonst kommt da hier einfach irgendeine Überraschung raus. Jetzt zum Schluss bekommst du von mir nochmal einen Top-Tipp, wie du bei Kulturen wie Salat, Rote Beete, die ganzen Kohlsorten, wirklich Zeit auch sparen kannst. Du lässt sie halt einfach in die Blüte gehen. Irgendwann fangen sie dann auch an, die ganzen Blütengehäuse oder auch wie beim Löwenzahn diese Fallschirme zu bilden. Dann machst du es halt so, dass du zum Beispiel eine Plane oder Karton auslegst und dort halt die ganzen Pflanzen, Hülsen oder die Samen da ausschüttelst, abklopst. Das habe ich zum Beispiel letztes Jahr beim Salat gemacht. Einfach alles in einem Karton rein. Und dann einfach geguckt, ob es ein bisschen windig ist. Nicht zu stark windig, sondern ein bisschen eine leichte Brise geht. Und beim Karton halt immer ein bisschen hochgehoben, damit halt dann der Samen von diesem weißen Fallschirm, nenne ich den jetzt einfach mal, oder diesem Pollen, getrennt wird, damit ich halt hier sauberes Salatsaatgut zum Beispiel habe. Und das kannst du auch mit allen anderen Kulturen machen. Was du jetzt zum Beispiel bei den Kohlgewächsen machen kannst, die haben solche Hülsen. Da kannst du denen dann alle zum Beispiel in eine Plastiktüte mit reingeben und dann die zum Beispiel schlagen und dreschen, damit halt hier die Samen aus den Hülsen mit rausfallen. Und wenn du jetzt zum Beispiel Bohnen und, oder was ich dann von einem Kumpel mal gehört habe, Linsen anbauen möchtest und dort das Saatgut ernten möchtest, viel Spaß, das ist eine heidene Arbeit. Seht ihr, hier habe ich gerade frische Salatsamen. Und da, ich meine, dieses Weiße hier, diese Fallschirm oder Böllerchen, wo sie dann durch die Gegend fliegen. Und Gott sprach, vermehre dich. Und da, ich meine, das ist ein paar Schmerzen. Und da, ich meine, das ist ein paar Schmerzen. Und da, ich meine, das ist ein paar Schmerzen. Und da, ich meine, das ist ein paar Schmerzen. Und da, ich meine, das ist ein paar Schmerzen.